In diesem Video. Jetzt möchtest du mal langsam anfangen mit Klingeln, mein Bester. Komm schon, ruf mich an. Drei Zuschauer. Möchtest du mal einer an? Warte, ich hab den WhatsApp bekommen, Leute. Boah, der gar das Profil mit, das ist anscheinend irgendein Girl. Wie's, Leute, was geht's? Und damit willkommen zu diesem erneutsten Video, meine Freunde. Ja, Ladies and Gentlemen, das ist womit das bestimmt dümmste und beschönnete Video, was ich jemals aufgenommen habe. Denn ich bin auf die glöreiche Idee gekommen. Ihr kennt das Format, denke ich, schon von den ein oder anderen YouTuber. Und zwar habe ich, for real, Kyle Clickbait, meine jetzige Handynummer in meinen Fortnite-Namen reingemacht. Ob das dumm war? Ähm, ja. Hätte ich's bereuen? Ja. Aber ich bekomme in ein paar Wochen eine neue Nummer. Bis dahin hoffe ich, werden mir die Leute nicht ganz so auf den Sack geben, falls ich überhaupt... Wir werden schauen, was passieren wird. Ich würde sagen, wir werden uns nicht zusammen berundenzocken. Und dann werden wir einfach mal schauen, ob mein Handy jetzt hier gleich klingeln wird oder ob's nicht klingeln wird. Das wird sich jetzt gleich herausstellen. Bevor das Video startet, vergesst nicht, ein Like und ein Abo dazulassen, meine Freunde. Natürlich auch ganz wichtig. Creator Code Lomax im Itemshop eingeben. Für 200% bestes Elm. Ihr wisst Bescheid, Leute. Support ist kein Mond. Ansonsten, ich würde nicht zu viel labern. Ich würde sagen, wir starten direkt rein ins Video. Film ab dafür. Okay, wir sind... Oh shit, die Elfte noch grau hier. Na, sowas. Okay, dann landen wir einfach Tilted zu dem Towers, würde ich sagen. Weil da werden vermutlich... Nehme ich mal an, die meisten Gegner auch landen. Okay, dann droppen wir Tilted Towers rein. Einfach mal in der Hoffnung, dass da eventuell dann auch andere Gegner mitkommen. Die wir natürlich auch kennen, weil sonst macht das keinen Sinn, weil man muss ja meinen Namen mal angezeigt bekommen. Tatsächlich, ich hatte noch Anonym-Modus drin, den habe ich rausgemacht. Ich war nämlich drin und habe gedacht, ey, du guckst lieber mal, ob du hier auf dem Account den Anonym-Modus drin hast. Und tatsächlich, ich hatte Anonym-Modus drin. Aber ich habe ihn rausgemacht. Und jetzt müsste man eigentlich meinen normalen Namen sehen. Aber gefühlt kommt natürlich kein... Okay, er hat schon eine Waffe. Okay, okay. Komm, 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 komm zu mir. Ich muss halt jetzt wirklich auf Kills gehen, ne? Ich muss halt jetzt wirklich auf Kills gehen. Wenn ich will, dass es funktioniert und dass mich irgendjemand anruft, was ja das Ziel ist, dann ist es schon für einen Vorteil, wenn man ein Paket... Oh, dieser Raketenwerfer, wie ich ihn hasse! Lol! Ah, das ist... Oh mein Gott! Was ist denn das für ein Kamp? Okay, wir haben den ersten. Puri 1... Jetzt bin ich ja gespannt. Jetzt bin ich ja gespannt, weil mein Name es sieht. Er guckt mir zu. Man sieht unten links, er guckt mir zu. Komm, wir ducken mal. Er muss sehen, dass er mich anruft. Also bisher tut sich noch nichts. Ey, komm schon, ruf mich an, mein Bester. Ruf mich an, mein Bester. Heute darfst du. Heute darfst du mir auf den Sack gehen. Ja, kommt noch einer. Okay, mein Zuschauer ist aber weg. Okay, wir haben den nächsten. Der ist aber auf anonym gestellt. Okay, erst... Die gehen alle anscheinend direkt... Die quitten alle direkt, wenn ich sie kille. Anscheinend. Anscheinend sind die alle richtig mad. Okay, also bisher hat sich hier nichts getan auf meinem Handy. Also ich kann ja mal gucken. Nö, nö, nö. Bisher alles leer. Da kam bisher noch nichts rein. Warten einfach noch ein bisschen. 20 Minuten später. Okay, da ist der nächste Gegner. Aber auch ein anonymer. Ey, wenn das Brotzen wäre, natürlich richtig uncool von Fortnite, ne? Hier oben ist da noch einer. Die müssen... Komm, die müssen doch irgendwie checken. Ich habe da meine Nummer in dem Namen drin, Bruder. Komm schon. Ruf mich an. Also er schaut mir auch zu. Aber bis jetzt... Äh... Ist da nichts passiert. Mal schauen. Wir haben ja auch erst drei Kiss. Mal gucken. Eine Minute, 37 Sekunden später. So, dann müssen wir mal gucken. Irgendwo müssen ja noch Gegner sein. Nehmen wir irgendwo noch Gegner rum. Okay, da ist ein Auto. Komm schon, mein Bester. Das ist vermutlich auch kein Bot, wenn da ein Auto ist. So. Hallo, mein Bester. Wie geht's denn hier so? Alles fit? Alles fit? Ey, wo willst du denn du hin, mein Bester? Kannst du dich vielleicht anrufen? Hui. Hausdreie in, mein Bester. Ne, das war anscheinend auch ein Bot, Digga. Ey, das ist ja richtig uncool, dass ich nur Bots hier bekomme. Anscheinend muss ich erstmal eine Runde spielen hier wieder auf dem Account, oder was? Hausdreie rein. Ey, wie geil diese Chatpicks denn bitteschön sind. Ey, aber jetzt muss man langsam jemanden anrufen hier, ne? Jungs. Also, jetzt hab ich... Komm schon. Wenigstens du jetzt, mein Bester. Ruf mich an. Ruf mich an, mein Bester. Komm schon. Tu es. Ruf mich an und sei ein cooler Typ. Ja, hau rein. Mit Feuerpumpgun schießt er also. Na jo. Was ist denn das? Ah ja. Okay. 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 Feuershotgun. Loll. Auto mit Raketenmeerfeld oder was? Drei Zuschauer. Aber jetzt muss ich mal einer anrufen hier. Komm schon. Jetzt möchtest du mal langsam anfangen mit Klingeln, mein Bester. Ja, komm schon. Ruf mich an. Drei Zuschauer. Warte. Ich hab ne WhatsApp bekommen, Leute. Ich hab ne WhatsApp bekommen, meine Freunde. Warte. Ich hab ne WhatsApp bekommen. Warte, 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 warte. Ne WhatsApp. Träum weiter. Warte. Ich hab ne WhatsApp bekommen, Leute. Schaut mal. Äh, nur mal... Muss ich es mal zensieren, Leute? Hallo. Ich schreib jetzt zurück. Hallo. Haha, geil. Okay. Warte, ihr meint Hallo geschrieben? Er schreibt wieder Hallo. Okay, sehr smart. Ey, das ist ja absolut... Okay. Boah, derger, das Profil wird das anscheinend irgendein Girl. Okay, ich tensiere das Profil selber trotzdem mal, ne? Thomas und du. Ey, ich ruf mal an. Komm, wir rufen mal an. Sie schreibt jetzt gerade, aber wir müssen weiter. Aber okay, Leute. Wir haben schon mal ne WhatsApp von ner Person bekommen. Es war sogar, so wie es ausschaut, ein Mädchen. Interessant. Ich will jetzt aber eigentlich gar nicht weiterverhalten. Ich will mich jetzt eigentlich auf die WhatsApp konzentrieren. Aber ich muss den Sieg hier noch eintüten, meine Freunde. Die heißt Peter Pan. Habe ich dich gerade in FN gekillt? Okay, Leute. Wir haben schon mal ne WhatsApp bekommen. Aber mein Ziel ist es, heute noch angerufen zu werden. Das wäre so mein Ziel. Ich hätte echt gedacht, es rufen mehr Leute an. Also von 10 Kills. Okay, da waren aber auch, denke ich, so 2, 3 Bots dabei. Okay. 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 Ui, ui, ui. Das wäre fast in die Hose gegangen, mein Bester. Tschüss. Okay, der Panzer, der macht Breakdance. Interessant. Sie hat geschrieben. Ja. Machst du ein YouTube-Video? Ah, geil. So smart, Alter. So smart. Ey, geil. Heißt du da? Ich schreibe jetzt, wie ich da heiße. So, ich habe jetzt geschrieben. Lumix. Letzter Gegner kommt, Freunde. Ich muss den letzten Gegner holen. GGs. Komm her, komm her, mein Bester. Okay, ach der. Ich kenn dich. Sie hat geschrieben, ich kenn dich. Okay, jetzt hat sie meine Nummer. Ich weiß nicht. Und warte mal. Okay, Leute. Die erste Person haben wir. Ich würde sagen, wir gehen da mal in eine zweite Runde rein. Und gucken mal, was da so abgeht. Die Mega Big Droppeln in Tiddle zu dem Towers. Ey, das ist Spider-Man. Anyway, der erste Win on Video. Das auch noch mal einer sagt, dass ich scheiße bin. Aber ganz ehrlich jetzt. Also das, wenn das, das war ja sogar ein 11k Win, ne? Ah, mache halt. Ganz, ganz, ganz klare Sache. So, aber jetzt schauen wir. Mich muss heute noch einer anrufen. Ich gebe erst auf, wenn mich einer anruft. Aber der Nachricht ist schon mal ein Anfang. Okay, SMG tut mir ein. Splashies nehme ich mit. Munition nehme ich auch mit. Mein Bester, was liegt denn da vorne? Eine Pumpgun nehme ich auch gern mit. Also ich bin bereit für die ersten Gegner. Die ersten Gegner können eigentlich kommen. Haust rein, mein Bester. Haust rein, mein Bester. Ey, komm, komm mir hinzu. So, jetzt, 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 jetzt. Schnell den Emote machen. Ne, nämlich den... Den, den... Ja, er ist gelieft. Was ein uncooler Mensch. Schade. Enttäuschend. Hallo, mein Bester. Haust rein. Use call Geertox. Ey, komm, also der wird mich doch jetzt anrufen. Hallo. Und tschüss. Battlebot 15. Okay, so ein Name, das ist, denke ich, ein Reeler-Spieler. Also jetzt muss ich aber anrufen, mein Bester. Komm schon. Ey, jetzt muss ich aber langsam mal einen anrufen hier. Komm. Komm schon, ruf mich an, Mann. Ey, das muss... Jetzt muss ich aber doch langsam checken, oder? Einmal zensieren. Ah, warte, okay. Hallo? Hallo? Ha, ha, ha. Habe ich dich gerade gekillt in Fortnite? Ja, leider. G, g's. Ey, ganz kurz, noch eine Frage. Ist es okay, wenn man euch hört im Video? Ich mache gerade ein YouTube-Video. Ist es okay? Ja. Walla, Walla, das ist okay. Walla, das ist okay? Ey, stark. Ey, wie heißt das? Ey, auf YouTube, Lumex, Bruder. Lumex. Ey, ich habe... Bist du BattleBot 15 oder so? Ja, das bin ich. Ja, GG, Digga, nice. Ey... Du hast gedacht, da rufst du jetzt an, oder was? Oder wie hast du gedacht? Ja, wir haben es zu spät gesehen, weil du erst auf Telefon gezahlt hast. Da haben wir es erst gesehen. Ach so, du hast das erst gecheckt, als ich bis zur Telefonzelle gegangen bin, so, ne? Ja. Weil sie haben die Nummer erst nicht gesehen. Ah. Ja, okay, nice, Digga, GG. Ja, okay, korrekt, Bruder. Ja, ich... Ey, du bist tatsächlich auch der Erste, der da jetzt anruft. Also, ich habe vorhin schon mal in der WhatsApp bekommen, aber ich habe schon jetzt... Lass mich nicht lügen, das ist, glaube ich, jetzt 15 Kills insgesamt schon. Du bist jetzt der Erste, der angerufen hat, Bruder. Ey, sag mal, wie heißt es, Bruder, also, auf YouTube, Twitch, was heißt es? Auf YouTube, Lumex, Bruder. L-U-M-E-X-X, Lumex. Verarsch mich nicht. Wie, ich ver... Ne, ne, ich verarsch dich nicht, Bruder. Verarsch mich nicht. Ey, warum, Bruder? Ne, ne, ich verarsch dich nicht. Warum? Loh... Äh... Bruder. Wie heißt es jetzt, 21? 23, Bruder, so ein Ding ist das. 23. Geil. Das ist ein Herz, wir sehen uns auch rein. Hat uns jemand angerufen? Sehr strong. Okay, Leute, dann würde ich sagen, äh, was ist mit dem Video? Ey, aber echt hätte ich nicht gedacht, dass mich schlussendlich noch jemand anruft. War auch sehr korrekt, der Typ am Telefon. Wenn ihr mehr Bock auf irgendwelche solche Formate habt, dann lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ansonsten würde ich nicht so viel labern. Wir sehen uns in unserem nächsten Video, meine Freunde. Haut da rein. Bis dahin. Peace out, Leute.